Die Reise vergesse ich meinen Lebtag nicht. Na, so wie ihr arbeitet, möchte ich mal meinen Urlaub verleben. Freiwache, Beutzmann. Was ist denn los? Da wollte einer ein Kästchen zwischen die Fässer schieben. Ich habe es gerade noch gesehen. Willi, ist sie flach. Annonce in der jungen Welt. Seemann wünscht Briefwechsel. Nie mehr ohne Post. Wir haben die Schlepplein an der Schraube und sind manövrierunfähig. Ich verlasse mich auf Sie. Ende gut. Alles gut. Das stimmt auch nicht, solange man sich nicht darauf verlässt, dass es einfach so ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017